Stellen Sie sich vor, Sie flanieren in einer großen Innenstadt auf dem Bürgersteig. Am Straßenrand steht eine schwarze, glänzende, majestätische Limousine. Daneben, auf Höhe der Frontsitze, ein Mann mit Chauffeursmütze. Wofür interessieren Sie sich? Für den Mann mit der Mütze? Nein. Sie wollen wissen, wem gehört der Wagen? Wer sitzt hinten auf der anderen Seite der getönten Scheiben? Spaziert vielleicht gerade jemand aus dem angrenzenden Hotel heraus? Woher kommt der Wagen und wohin geht die Reise? Intuitiv wissen wir die Machtverhältnisse in diesem Bild richtig einzuordnen. Der Chauffeur ist derjenige, der den Wagen lenkt. Ja, er sitzt am Steuer, er schaltet die Gänge, aber er ist nicht derjenige, der die Richtung bestimmt. Den sehen wir nicht. Das Erste, was Menschen in gehobenen Positionen sich leisten, ist ein Chauffeur, sogar in der Kleinkunst. Der Chauffeur übernimmt die Lästigkeiten des Straßenverkehrs. Hinten kannst du in Ruhe arbeiten, Shampoos trinken oder dir einen blasen lassen. Alles möglich. Welch privilegierte Position hat doch der Mensch, der kaum beachtet hinten sitzt. Er gibt die Kommandos, vor der Fahrt und auch währenddessen. Links abbiegen, nicht halten, fahr schneller. Und wer hinten sitzt, wird nie geblitzt. Die Kameras sind immer auf den Chauffeur gerichtet. Ein passendes Bild für die Politik, oder? Jedoch nicht vollends passend, das haben Bilder so an sich. Der Unterschied zwischen Bilder und Maischberger ist der folgende. In unserer Talkshow-Kartie springen die Blitzautomaten nicht nur in Ausnahmefällen an. Die Kameras laufen ständig. Und die Aufnahmen sind nicht nur einer kleinen Polizeielite zugänglich, sondern allen. Nicht in schwarz-weiß, sondern in HD. Das gibt dem Chauffeur eine Popularität, die wir auf dem Bürgersteig gern mit Macht verwechseln. Die Person am Steuer übt eine Macht aus. Doch diese hat ein anderer in eigenem Sinne nur überlassen. Der Chauffeur mag die Instrumente beherrschen. Er ist Besitzer, aber kein Eigentümer der Limousine. Er hat den Fahrzeugschein, aber nicht den Fahrzeugbrief. Ist die deutsche Sprache nicht herrlich? Der Chauffeur kann eigenmächtig einen anderen Weg einschlagen als den vorgegebenen. Er kann Weisungen während der Fahrt ignorieren. Natürlich. Doch dann fliegt er raus und wird durch einen neuen ersetzt. Superwahljahr 2022. Die Straßenränder sind voll mit Konterfeiß auf Plakaten. Was wir sehen, sind Menschen, die Macht ausüben. Menschen, die am Steuer sitzen. Wer die Richtung stimmt, das erfahren wir selten. Ich weiß es auch oft nicht. Doch ich möchte uns alle ermuntern, es zumindest immer wieder wissen zu wollen. Denn allein ein Wissen wollen, wer hinten sitzt, bewahrt ein Bewusstsein dafür, dass jemand hinten sitzt. Chauffeur. Ein irrenwerter Beruf, der Respekt verdient. Doch falls mal einer allzu brahlerisch daherkommt, so sollten wir uns nicht scheuen, ihm zu verstehen zu geben, dass wir verstehen. In dem wir sagen, hey, bleib mal locker, die Karre gehört dir nicht. Wahlplakate sind eine Freiluftvernissage mit Bildern von Chauffeuren. Wenn Sie für solch einen etablierten Chauffeur an einem schönen Sonntag in eine triste Wahlkabine gehen wollen, um dort ein Kreuzchen zu machen, bitte tun Sie es. Ich pfeife drauf. Ich pfeife drauf.